Sehr gerne mehr und herzlich willkommen am Stück bei der Outerworlds, lang, lang ist herr. Parade, genau, stimmt. Ich sterb, liebe ich, das letzte Mal. Ich glaube, es hat sich nicht gelohnt, das Ding zu knackern, kann das sein? Das ist wirklich der Falle, dass ich über den Arsch war. Was hab ich eigentlich für Knarre gehabt? Genau, da war er. Das war Schauschütze quer, das war auf 3 und 4 hat man zur Plasmaschneide, genau. Die Taschenlampe hat aber ja nicht, ne? Ich speichere mal kurz. Ah, F war für dem Träger Nation, ja, da war was. Okay, und Q war ja so ein bisschen Dumbo, genau. Ist vielleicht die Frage, hat man eine Taschenlampe? Okay, ich glaube, das hat sich gelohnt. Ja. Das ist okay. Brauchen Sie nicht. Oh. Da ist nichts drin, Mülleimer. Nee, 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 lass mal. Ich, warte, ich guck mal kurz. Ich meine, ich war der Meinung mit einer Taschenlampe gehabt. Bewegung, Springen, Springen, Lücken, Gameplay, Benutzer, Nachladen, Siebenglocken, Schnellladen, Inventar, Taktisches Zeit, Bekleider, Bewegen, Z, Angriff, X, Bekleider, Waffe, 1, 2, 3, 4, nächste Waffe, letzte Waffe, Schneiden, Sprengen und Aufladen. Okay, hat noch keine Taschenlampe. Ja, gut, okay, gut, von mir aus. Wieso passen Sie auf Q drücken, weil? Ich habe noch ein Gewinn von, ähm, ETS. Ich weiß je, dass wir hier fertig waren. Oh, zage, komm doch. Äh, lass mal. Ah, alles gut. Ich verstehe, wir können uns ja in jemand anderes verwandeln. Das ist ein Diebstahl, ne? Hey, stopp! Was denkst du, du machst? Okay, der hat uns gesehen. Aber die links von uns, ne? Wie blöd, alter. Selber klaut er bestimmt jetzt auch. Abwarte. Ich stelle mich schon mal hin, um abzuknallen. Wir haben Fertigkeitspunkte. Äh, so, wir können jetzt ja schon 25. War doch irgendwas machen. Äh, Rang 50 war sogar heiliges Blechle, du. Wie viel haben wir denn? 20. Was ist ein Dialog? Fernkampf. Nahkampf war cool. Inspiration, Entschlossenheit. Äh. Es macht eine Langwaffe, schwere Waffe. Äh. Äh. Jeder Punkt bei Frank will die Fertigkeitspferde einfach auf eine schwere Waffe. Ein bisschen maximal auf 50 Punkte. Äh. Verteilen. Führung. Äh. 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 Ah, okay. Entschlossenheit. Einfänger, äh, Inhalator halte ich und den Begleiter und Begleiter halte ich. Ah, das ist immer falsch verkehrt. Da geht es ja schon wieder 40, dann weiter. Äh. Drei Funktionen, Effekte freischalten. Okay. Ausweichen. Anfängerstellfähigkeit, ausweichen, äh, vorne frei. Niederkauen, dauern sieben Sekunden. Äh. Verwirrung, 50% Chance, das Roboter anhalten, statt, äh, dir 10 Sekunden aneinander eingreifen. Okay. Ecken ist halt interessant, ne? Äh. Einfänger, stellte Schwimmer für, äh, frei. So. Vorurteile. Äh. Äh. Ne. Äh. Soll ich annehmen. Jupp. Ach, das war das hier. Äh. Äh. Äh, da haben wir keine Punkte. Okay. Ja, Privacy, du bist ja ganz gut, ne? Sorry, du bist ein Mädel. Die kann das, ach so. Die hat auch noch was. Äh. 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 Die hat auch noch was. Äh. 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 Da kommt verursacht. Äh. Äh. Die Rüstungswirt des Begleiter. Sie ist ja viel für zu, äh, wird zur getragenen Rüstung des Begleiters addiert. Äh. 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 Das wär gut. Gut. Passt. Ja. Da will man klar wollen. Dann sowas. Vielleicht, dass ihr gesucht habt, ne? Das ist Halcyon Nune. Ach so, das ist jetzt hier. Ja, da wollte ich eigentlich kein anderes hin. Da war er und da oben ging es dann raus. So war's. Darunter springen ist immer tot. Da war man nämlich schon drin hier, ne? Und trotzdem hab ich das übersehen. Was für eine Samerei. Warte mal. Da waren wir doch grad. Äh. Jetzt bin ich für Verwirtung. Pass mal auf. Das kann man sehen, wie sie bekannt ist. Gegner getötet. Von einer Erfahrung. Ja, kann mir gehen. So, da müsst ihr jetzt rausgehen, ne? Ja. Da können wir ja reingehen. Mal gucken, ob das gut geht. Was schaltet ihr das? Hmm. Beschlag am Dewan. Pistole. Axt. Der, der. Sicherheitsprotokolle. Von so einen Beschlag haben wir die Schiffe abgegeben. Ah, ok. Okay. Hm? Ma'am? Was gibt es? Ach so, du bist... Nö, nö. Willst du das Holo erneuern? Zwischen speichern? Weiter geht's. wir warten noch schön bis er rausgeht dann klauen wir bewegungsabhängig zeitabhängig wenn ich jetzt mal verpisse danke vor ort man echt haben wir zu wenig das sieht ja eh nicht na gut wir gehen müssen uns aber merken dass wenn wir wieder kommen dass wir da noch mal rein müssen tschüss war schön mit euch Gott ich sag gar nicht schätzlos da mal schauen ist irgendwie müde bei hände wo wir gar nicht brauchen mehr und somit ich vergesse hm du aber es ist es besser so ist schon mal äh gute frage Ah, okay, dann solltest du dir das Ganze vielleicht nicht näher ansehen. Ist ganz okay, dort. Sie haben es nicht gleich, aber sie tragen das Herz am rechten Fleck. Ja, ist so. Wenn du es getan hast, wäre das gut, eigentlich. Sie können die Hilfe nutzen. Ich muss mein Kontrakt gehen, aber ich glaube, ich werde nicht den Grundbrecher verlassen. Oder diesen Stahl. Also, was kann ich dir bekommen? Soap? Jeder mag Soap. Jeder mag dich, auch wenn du es benutzt. Ich bin bereit, um die Hüte-Ger-relateden Begründungen zu beantworten. Also, Gilder, du musst lauter sprechen, ich kann dich nicht hören. Brich den zu einem tollen Hut her. genug geredet, äh, überhütet. Zeitpunkt ist aufgrund, äh, ja, ja. Du wirst niemals fragen, ob du es wusste, was es ist hier drin ist. Ich meine, warum, jeder kann sich ein Spacer's Choice-Konsumer-Relations-Choice-Specialist sein. Just keep your nose clean, und aim for the moon. Spacer's Choice, Günder. Kannst du noch was sehen? Das ist, das ist eine gute Frage. Spacer's Choice, Günder. Äh. ich frage mal weiter ich glaube der schlank zum knervt muss den hut auch beim schlafen aussetzen trubel schlubben drei lüner eclips mx wachst du hast du das zu tragen Soll ich dir helfen, da rauszukommen? Gute Frage Ich spreche mit dem Mann unter der Maske, geht's dir gut? Ich, uh, you know, damn it. No slogan for that one. Look, this hat. My job. It may not seem like much to a brave space captain, but they're all that I have. If there are self-made purgatories, then we all have to live in them. Mine can be no worse than someone else's. Now, if we're done with the chit-chat, I hope you don't mind if I make the most of this short life and try to be the best moon-person I can be. You're not too close to me, Martin. It's fine. I should be stronger than this. Thanks for taking an interest. Speaking of interest, can I interest you in some quality budget goods? At Spacer's Choice, we cut corners so you don't have to. Anything and everything, whatever you want, we got it. And when you need a replacement, we got that too. Okay, then we'll show you what you have. The duality must be grotesque if you have to set it. Just the opposite. Spacer's Choice-Items are always new. Hot off the shelves, because customers... Just can't stop buying new stuff. Oh, sorry. I got the line wrong. You want me to do it again? Nö, macht ja keine Umstände. Okay, customers always right. Thanks. Moving on. You could go broke buying overpriced Aramid-Gear. Or you could buy from us at a much more reasonable rate. For the price is still quite high. But apparently the equipment of Aramid is not going to be the first break. Biddy more or quality of the goods. I understand. We're here with an active inventory, whenever you like. With a smile on our face, no less. Oh, my God. Have a look. When I was verkaufen, aber ich sage, das klicken wir uns mal durch. Waffen. Welch haben wir uns ausgerüstet? Flammenwerfer. Schrotflinde. Flammenwerfer. Okay. Flammenwerfer. Ich glaube, wir haben anders Zeug, was man besser verkaufen könnte. wo man auf den haben zum beispiel was machst du ja komfort mit rüstung zu plus zehn hat 20 sekunden zum damen bretnudeln ein kleines geschehen speise spacer das kohlenhydrat bis so natürlich lebensregel Alkohol, Begleiterfähigkeit, so bringt sie minus 50 Prozent, nö, kann weg. Da war nicht so schluss, äh, das kann irrsinn sein. Gedänke, Geistattribute plus eins. Ach, sowas gibt es auch. Okay, dann müssen wir mal durchgucken. So, hey, 30 Sekunden nur, achso, das war so Perma-Zeug. Äh, b-b-b-b-b-b-b-b, boah, 60 von denen, heilig's Blöchle. Das wird mal schon mal ein Pfeil da. Waffenteile, heh, heh. So, dürft ihr schon mal ausreichen. Kann man sich hier umschauen? Der hat eh null Bock, ne? Ach, da kann man so'n Hut her, ist auch schön. Wollte ich hier schon mal haben. Was ich hier kein Problem damit hat, wundert mich ein bisschen. Na, wo war's denn da? Doch, ja, was sieht uns hier niemand. So, wenn man drei Handfeuerwaffe herkriegt. Ich glaube, es ist zu nah an dem dran. Hallo. Äh, ich will halt... Verkaufen. Achso, ver... Sorry. Guck mal, ich hab' hier Waffe zu verkaufen. Das ist ganz witzig. Das ist... Was ich da alles frisch gefunden hab. Echter Hammer, du. Na, also brutal. Ohne Haufe, ich hab' hier drusten, komm mal mal ein paar, Alter. Das macht das, äh... Geistertruppe, du musst 13 Sekunden. Schön, was man auch das Gewicht sortieren könnte. Genau, nein, äh... Ja, komm, kann weg. Erkotisches Zeug da. Fies hier. Ja, kann auch weg. Braucht ja Geld im Grunde eigentlich. Hm... Da haben wir 11, was macht das? Ja, und ich wünsche es nicht so gut, ich bin drauf mit. So. Okay. Ich danke Ihnen herzlich. Das macht sehr für dich als Bonus. Okay, wir hoffen, dass wir einlagern, wenn's geht. Ah, okay. Das geht schon mal nicht. So, wenn wir hier noch ein bisschen langsam rumdümpeln, aber ich gucke mich gerade noch so schön um. Ach so, aber ist hier klar, aber kann man nicht. Untersuchen. Ah ja. Ach, da fehlen wir zwei. So eine Scheiße. Geh weg, du. Schon so nah, komm, ob ich mitkriegt. Ah, shit, warte mal. Können wir vielleicht mit dem Ding die Tür hacken? Das wär cool. Oh, oh, sie kommt, ich geh. Puh, wenn ihr mal Glück gehabt habt. Nee, geht nicht. Shit. Okay. Wir schauen uns ein bisschen. Wir müssen reinkommen, ist ne Weile her. Darf ich? Nachrichten. Ich brauche ein Status-Update-Iron. Ich weiß, dass du die Sky... Ich glaub, es ist immer ein bisschen Gläser, so will ich uns kennen. Wäre Diebstahl theoretisch, aber nur ne Theorie. Wenn das ne mitkriegt, dann ist nie passiert. Nee, ich lauf grad nicht richtig. Warte, wir müssen in die Richtung. Da muss ich lang. Lauf ich wieder zurück. Ach, das war hier. Okay, das war das. Ich geb dir noch nicht mehr einige Punkte, die ich entdeckt hab. Aber es ist ja nicht schlecht. So, und hier geht's jetzt raus. Das ist die Scheiße, der Mülleheim, und du willst was mitnehmen? Das ist die Diebstahl. Ah, okay. Warte, das. Okay, okay, was ist denn ein Sprung? Wäre cool, wenn man die jetzt noch ausrauben kann, denn die Leute zu die Taschendiebstahl. Gibt's das? Wartet mal. Charakter, Fertigkeiten. Ne. Taschendiebstahl beim Schleifen, mit Menschen stehen. Geil. Geduck, die Geschwindigkeit schwarzstellen, durch hinterhaltschen. Ah, dann brauchst du Level 40 für jeden Fall. Finde ich gut. Guck mal, als erstes da, wenn dann kommen wir Leute, der Beklauer. Ihr denkt so, äh, boogie dati, aber hey, das ist wichtig im Spiel. Ich hab's in der Roswells gelernt. Skyrim. Nix besseres. Stimmt, letztes Mal haben wir noch die, die, äh, sie mitgenommen. Privacy aufs Schiff. Dass wir, äh, sie noch den anderen Tandita vorstellen können. Da war was. Jetzt weiß ich's wieder. Die machen was? Was glaubst du dir für eine Scheiße? Äh. 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 Didn't I tell you? I'm secretly the Chairman's orphan child, abandoned at birth in the Back Bays. Äh. Honestly, before you picked me up, I was living in the Back Bays. Spent my whole life up there, watching ships roll in and take off. I always wondered where my ship would come. I was what folks on the Groundbreaker call a stowaway. Means I was invisible. Life carried on for everybody else, but not for me. I had to make my own way. Yeah, because I got sick of being ignored. Got sick of being a nobody. So yeah, I made some noise. Gotten a couple scraps. Nobody else in the Groundbreaker is going to look after you. So you had to look after yourself. Learn that real quick. Magus. Ich mag es, wenn du für Schwierigkeiten sorgst. Reikannin hat genug gehorsam. Äh, gehorsam mit kleinen Arbeitern. So öfters in der Kolonie. Niemand kümmert sich, ein Dreck um dich. Oder vielleicht hättest du den Kopf einziehen und abenzahlen. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Das System ist nicht egal, dass das Individuelle. Wir sind nur so wertvoll als unsere Jobs. Mir gefällt es ja, dass er so über Privacy herzieht. All in Boxes war das einzige Arbeit, das ich gefunden konnte. Ich hattete jeden Sekunden davon. Der Vorbalschläger und ich haben nie aufgehört. Ja, ich höre dich, Boss. Es klingt, als wäre ich aus der Linie, oder? Auf meinen eigenen Vorbalschläger, wie das? Aber, auf der anderen Seite, Broad-Sighting the Jackass with a Tossballstick? Das fühlte gut. Das fühlte wirklich gut. Ich glaube, du verpischst dich am besten. Wenn wir meinen Verständnis haben, erwarte ich von dir, dich zivilisiert zu verhalten. Ich weiß, ich habe jede Menge Übungen darin, Leute einen überzuziehen. Ich kann mich angehen. Oh, ich kann zivilisiert. Proper zivilisiert auch. Genuflektung und alles. Ich habe einen wirklichen Glückwunsch gefunden. Wenn du mich nicht aufgehört hast, wäre ich noch zurück in den Docken. Warten, bis zum Tag, mein Schiff herrscht. Hm. Du bist in Stemmen verschwenden. Es freut mich, dass du da bist. Aha. Ich bitte dich, Felix. Wenn ich dich nicht mitgenommen hätte, dann wärst du jetzt vermutlich in einer Gefängniszelle. Du kannst mir danken, indem du mir keine Schwierigkeiten machst. Oh, ja. Ich hatte eine Gefängniszelle auf dem Grundbrecher. Ich habe meinen Namen auf der Wallen. Ich warte, ob es noch da ist. Danke, dass du dich hörst, Boss. Lass uns gehen. Good to see you, Boss. Hm. Warte mal ab. Vielleicht wandelt es sich noch. Wenn ich das Arbeiten will, würde ich gerne durchgefahren. Äh, nö, Passgat. Nein, wir können jetzt aber loswerden, die Leute. Finde ich praktisch. So. Captain Hawthorne used to be more dashing. Halt doch die Fresse. Ähm, wir schauen mal kurz, wo wir jetzt hin müssen. Quest technisch. Äh, Tagebuch. Endlosen, Leere. Bring die Wissenschaftswaffe der Grumbanger durch die Protokolle auf der Hawthorne-Terminal. Wen, äh, 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 gut, ich muss schon mal hier sein. Du hast eine Hawthorne-Termin in der Quartier der Captain-Einträge zu seinem Versuch gefunden, Sam in einer kampffähige Einheit umzubauen. Hawthorne sollte Sam's Seifenreiniger gegen seine Säure-Eintragung unterschen. Wiss ich wo? Ist das hier auf dem Stern? Okay, muss man mal gucken, schaue ich mal nach. Dann gerne für Zuschauer mit dabei sein und bis zum nächsten Mal bei der Autoworlds. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017